Maria arbeitet als Stripperin und als Sugar-Baby. Was man da alles so machen muss oder was man macht, wie viel man verdient und was ihr Freund dazu sagt, dass ihr sowas macht, das werden wir alles im nächsten Gespräch erfahren. Mittlerweile ist sie Single und wird auch ein bisschen auspacken aus ihrem Single-Leben. Was ist für Maria ein absolutes No-Go? Und was mich richtig gewundert hat, 80% der Typen, laut ihrer Schätzung und ihrer Freundin, machen das nicht. Ab geht's. Teil 2, Maria ist schon wieder hier. Ich wollte sagen, schon wieder auf der Couch. Letztes Mal war es nicht auf der Couch, sondern am Tisch. Wir haben diesmal Mikrofonarme. Und ich hatte letztes Mal keinen Red Bull. Und du hattest letztes Mal noch eine Beziehung. Das stimmt, ja. Hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben echt einen vollen Katalog an Fragen heute abzuarbeiten. Wir wollen darüber reden, dass du nicht nur als Stripperin, sondern auch als Sugar-Baby, sagt man dazu, arbeiten? Also, na klar, das ist ein Job. Ist ein Job, okay. Und du arbeitest weiterhin als Stripperin. Und was vor allem spannend ist, du bist jetzt Single. Was spannend ist, weil jetzt kannst du darüber reden. Du wolltest letztes Mal nicht sagen, dass du einen Freund hast. Weil das ist nicht gut fürs Business, oder? Zum einen ist es nicht gut fürs Business, wenn man sagt, dass man in einer Beziehung ist. Weil, also auch wenn es die Leute nicht interessiert und auch wenn du theoretisch ja nichts änderst an deinem Verhalten. Also für mich ist es eins zu eins das gleiche, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Aber man wird trotzdem anders behandelt. Es ist einfach so. Die Illusion funktioniert dann halt nicht mehr, dass sie die Einzigen sind und dass da theoretisch wirklich was draus entstehen könnte. Was komischerweise, was eigentlich dämlich ist, weil ich ja von Anfang an nie mich als sowas verkaufe. Naja, aber es ist ja die Illusion, dass das entstehen könnte wahrscheinlich. Eben, vielleicht ist es die Illusion, also zum einen ist es wegen des Business, zum anderen ist es, dass ich nicht wollte, dass er jemals irgendwie in die Situation kommt, sich für mich rechtfertigen zu müssen. Vor allem jetzt vor fremden Leuten oder, man versteht es schon. Ja. Weil dann hast du gesagt, oh, deine Freundin ist Stripperin und ich weiß nicht, ob ich das könnte und so. Also lustig, du würdest, also du würdest, du machst dir selber nicht so viel Sorgen um dich, was Leute sagen, sondern eher dann um deinen Partner. Ja. Wie der damit umgehen muss. Genau. Vielleicht vorab, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das ist die zweite Folge, die Folge 20 war mit dir. Das heißt, wenn Leute das nochmal hören wollen. Leute, zieht euch Folge 20 rein. Hört rein, da gibt es schon sehr viele Fragen, die du beantwortet hast zum Thema Strippen. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, du studierst. Was studierst du eigentlich? Agrarwissenschaften. Das heißt, du wirst mal Bauer oder was findet man damit? Bäuerin. Bäuerin, ja. Nee, keine Ahnung, mal gucken, was ich werde. Onlyfans-Model wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, der klassische Karriereweg, wo man Agrarwissenschaften studiert. Aber ist dir das wichtig zu studieren? Und ich nackt da drauf. Okay. So viel dazu. Und genau, da haben wir drüber geredet. Und jetzt Teil zwei. Vor allem um dieses Sugar Baby Ding. Aber nochmal das Thema mit dem Freund. Eigentlich hatte ich letztes Mal schon voll viele Fragen. Du wolltest nicht drüber sprechen. Habe ich dann natürlich respektiert. Jetzt respektieren wir es einfach nicht mehr. Naja, doch, wir können jetzt drüber sprechen. Aber du bist nicht mehr mit deinem, also die Beziehung ist nicht wegen des Strippens kaputt gegangen, oder? Genau, das am besten vorab direkt klar machen. Das hatte gar nichts mit meiner Arbeit zu tun. Zumindest hoffe ich das. Also, nee, wir hatten das aus ganz anderen Gründen getrennt. Und genau. Was sind deine Fragen dazu? Meine Fragen dazu sind, ich habe deinen Freund, Ex-Freund, ja auch kennengelernt. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, der ist ja echt relativ cool damit umgegangen. So hat es zumindest gewirkt auf Leute von außerhalb. Gab es jemals irgendwie eine Diskussion oder war das jemals Thema, dass er gesagt hat, ich fühle mich heute irgendwie nicht so gut, wenn du losziehst? Oder war alles immer cool? Tatsächlich gab es nie irgendein Thema. Also, an sich war der super cool, weil man muss sagen, er ist selbstbewusst und er weiß, wer er ist. Und es gibt ja auch in meinem Fall jetzt überhaupt nicht den Grund, eifersüchtig zu sein. Außerdem habe ich ihm ja auch nichts entzogen. Ich habe ihm keine Liebe oder Aufmerksamkeit entzogen. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, wo es so ein bisschen unentspannter war. Das war an meinem Geburtstag. Ich war mit jemandem mit Brunchen, mit dem ich irgendwo auch eine geschäftliche Beziehung hatte. Aber das war wirklich eine Kleinigkeit. Also, nichts, worüber wir uns ernsthaft gestritten haben. Nie wirklich ein Problem auch. Man muss sagen, er hat mich auch immer von Anfang an unterstützt. Ich habe ja damals quasi angefangen, dort zu arbeiten. Da war ich schon mit ihm zusammen. Genau, das wollte ich fragen. Also, das heißt, dieses Thema kam auf und da hast du ihm gesagt, du, Karl, keine Ahnung, wie nennen wir ihn? Und Karl, hey, ich habe mir in den Kopf gesetzt, wäre ganz cool, irgendwie Strüpperin zu werden. Und da hat er gesagt, ja, finde ich geil. Ja, nee, also sowas nicht, sondern man muss sozusagen vom Charakter her kennt Karl mich ja. Ich meine, Karl und ich, wir waren lange zusammen und wir kennen uns auch schon sehr lange. Wie lange wart ihr zusammen? Drei Jahre. Und als du angefangen hast, wart ihr wie lange zusammen? Ein Jahr, ja. Ein bisschen länger als ein Jahr. Okay. Genau, und es war so, ich hatte ja schon mit Bilder verkaufen und Findem, Kram, also diesen Sklavengeschichten und sowas. Das hatte ich ja schon immer gemacht und auch schon, also bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe. Seit du 15 bist. Ungefähr. Deswegen war er, glaube ich, jetzt auch nicht geschockt davon. Und er war in diesem ganzen Prozess dabei, von meinem ersten Mal davorstellen und meinem ersten Arbeitstag und so. Und ich muss sagen, ich habe es als total angenehm empfunden, einfach jemanden zu haben, der mich da unterstützt, mit dem ich darüber reden kann. Auch einfach irgendwie, dass ich da rausgehe und ihm einfach alles, also ich kann ihm einfach den ganzen Abend dann einfach so einmal vorbeten, so und dann ist das passiert und dann ist das passiert, ohne dass ich wusste, dass da irgendein Judgment entgegenkommt. Und das war halt sehr, sehr angenehm. Also ich bin da extrem dankbar für, dass ich da so einen treuen Unterstützer hatte. Finde ich schon, ich finde schon, also da habe ich schon großen Respekt vor. Ich auch, also wirklich so an Selbstbewusstsein in der Hinsicht, also ja, er war einfach nicht eifersüchtig. Ich habe ihm aber auch wirklich keine Gründe gegeben, muss ich auch dazu sagen. Aber gab es jemals irgendwie die Diskussion, dass er gesagt hat, aber ich hätte gerne irgendwie, dass du nicht weitergehst als so und so? Oder wenn jetzt irgendwie, ich will nicht, dass du von anderen Männern berührt wirst oder dass du Sex mit denen hast? Gab es eine Absprache? Wir hatten schon Grenzen abgesprochen, ja. Also ich glaube, wir hatten sowieso die gleiche Vorstellung von Grenzen, weshalb auch das niemals ein Problem war. Wir hatten manchmal irgendwelche komischen Szenarien durchgespielt, so nach dem Motto, okay, und wenn dir jemand das und so und so viel Geld gibt für das und das, würdest du es dann machen? Dann musst du aber abdrücken, Armin. Und dürfte ich das dann machen? Wenn du mich zum Essen einlädst danach. Ja, das habe ich sowieso dann häufig gemacht, irgendwie so als Dankbarkeit dafür. Aber was wäre so eine Grenze gewesen? Habt ihr gesagt, so wenn jetzt einer irgendwie 100.000 Euro auf den Tisch packt? Also wir hatten schon ausgemacht, dass egal wie viel Geld auf den Tisch liegt, dass ich… Kein Sex. Richtig. Also auch generell keine sexuellen Sachen. Also habe ich ja sowieso noch nie gemacht. Habe ich auch nicht vor. Aber wir hatten halt auch wirklich, wie gesagt, das sind halt so Spinnereien. Wenn jemand 100.000 Euro gibt, ja, wird das passieren? Wahrscheinlich nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Aber die Frage ist, für wie viel Euro, also sagen wir mal so, du bist auch in einer Beziehung, richtig? Ich bin in einer Beziehung, ja. Für wie viel Geld würdest du… Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesagt habe. Ich bin in einer Beziehung, ja. Jetzt habe ich es gesagt. Ich würde nicht sagen, mit wem, aber ich habe da in der… Ich will einfach irgendwie mit meinem Privatleben anders umgehen. Ja, verstehe ich. In Ordnung. Aber ich bin in einer Beziehung, ja. Für wie viel Geld würdest du, obwohl du jetzt auch in einer Beziehung bist… Ja. Okay, das ist schwierig, weil du hast halt auch viel mehr Geld als ich. Ich habe aber auch viel mehr Schulden als du. Okay, aber für wie viel Geld… Ich habe auch viel mehr zu verlieren. Okay, naja, sagen wir, du wärst Single, ja. Ja. Für wie viel… Ich muss Single sein, weil in einer Beziehung kann ich das ja nicht selber entscheiden und ich wollte das von meiner Partnerin auch nicht. Mhm. Ja. Aber wenn ich Single wäre, ja, okay. Für wie viel Geld würdest du jemanden, den du optisch sonst nicht flachlegen würdest? Mhm. Flachlegen. Naja, da gibt es schon verschiedene Level. Natürlich, natürlich. Also ich glaube, was mir wirklich wichtig wäre, dass ich die Person zumindest mag. Also wenn ich die Person wirklich persönlich scheiße finden würde, verabscheuen würde, dann wäre es wirklich schwer. Ja, okay. Aber sagen wir mal wirklich jemanden, mit dem du wirklich nicht ins Bett willst. Also weder charakterlich noch optisch. Also der mich wirklich auch anhekelt oder… Okay, sagen wir mal eine solide 3 von 10. Eine 3 von 10. Ja. Okay. Alles in alle. Stinkt die Person? Das wäre schon wichtig. Was für dich eine 3 von 10 ist eben. Okay, 3 von 10 ist schon sehr low. Stinkt für dich eine 3 von 10? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Naja, das Ding bei Männern ist ja, es muss ja irgendwie auch funktionieren in der Lendengegen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen hochkriegen würde. Also müsste auf jeden Fall mit Viagra arbeiten. Ich würde auf jeden Fall für den… Mit Alkohol arbeiten. Auf jeden Fall mit Alkohol. Also ich müsste dann trinken. Auf jeden Fall. Was so eine Summe wäre, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist immer nochmal anders, wenn einer vor dir steht und der hat das Geld einfach bar dabei in einem Koffer. Ja, ja, klar. Das ist schon nochmal was anderes. Du siehst es. Ich sehe es. Es ist real. Ich kann es anfassen. Ich kann einmal so durch die Geldscheine so durch. Kann ich einmal eine kurze Line nehmen mit dem Fofi. Oder so Honis. Wahrscheinlich Honi. Ich hätte lieber Fofis. Ich auch. Honis kriegst du ja nicht los. Das macht keinen Spaß. Wenn du dann so einen Kaffee mit einem Honi bezahlst, unangenehm. Auch so Honis, die so komplett neu sind. Das wirkt wie so Monopoly-Geld. Als ich das erste Mal einen 200er-Schein bekommen habe. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Die gelben, ne? Ich bin wirklich nach Hause gegangen. Ich war so, ist der fake? Ich war so. Ich habe den eingezahlt. Ich war echt so. Aber musstest du zur Bank gehen? Oder kannst du ja im Späti keinen Sterni kaufen mit einem 200er? Nee, also das Trinkgeld, das wir bekommen, das ist ja Trinkgeld. Das ist ja dann auf der Hand. Und wenn du das einzahlst, dann einfach auf Automaten. Und ich weiß noch, dass ich wirklich so gezittert habe. Ich war echt so. Bitte lass den Reel sein. Weil ich meine, weißt du? Gibt es Fake-Geld? Wie viel gibt es? Ich glaube, es ist sehr viel Fake-Geld im Umlauf. Ich habe halt auch richtig gegoogelt, dass wenn du halt Fake-Geld hast und es einzahlst, dann ist egal, wo du das hast oder so. Der Bankautomat behält es und dann ist Pech. Weil sonst könntest du ja sagen, gib es wieder her. Und ich dreh es dann so im Jahrmarkt irgendwie so für so Erdbinde-Schokolade. Aber nochmal zu der Frage zurückzukommen, für wie viel Kohle hätte ich Sex mit einer Person, Männer drei von zehn, wenn ich Single wäre? Ich würde es wahrscheinlich, ich sage jetzt mal 50.000. Ach, das ist ja auch schon. Auf der anderen Seite, wenn dann einer da steht und 10.000 Euro sind auch viel Geld einfach. Aber nee, 10 wäre zu low. Ich bin gerade nicht so auf Geld angewiesen. weshalb ich glaube ich, wenn mir das jetzt jemand schreiben würde für 50.000, wäre ich wahrscheinlich so, egal, scheiß drauf, mach es nicht. Aber ich glaube, wenn ich, angenommen, ich bin schon besoffen und dann kommt jemand, also ich bin quasi in dem Zustand, den ich mir antrinken müsste, damit ich es überhaupt machen könnte. Ja. So und dann würde mir jemand so 20k hinhalten. Boah, das ist ja schon wild. 20k ist schon viel, ne? Ist man käuflich, ist jeder käuflich ab einer bestimmten Summe und es sind die Theoretisch sind 20.000 jetzt auch nicht so viel, wenn man mal so überlegt. Es gibt so ein Beispiel aus so einem… So würdest du dich für 20.000 so traumatisieren lassen? Das lohnt sich nicht. Ja eben. Nein. Die Therapie ist auch teuer. Obwohl ich bin schon traumatisiert, so on top ist vielleicht nicht mehr so schlimm. Ja, aber nicht von der 3 von 10, mit der du Sex hattest, sondern vielleicht von deinem Vater, ich weiß es nicht. Wissen wir nicht. Es gibt so ein geiles Beispiel aus einem, ich glaube aus einem Ökonomiebuch. Das ist ein Beispiel, dass… Oh ja, ich lese auch immer Ökonomiebücher. Irgendwie, der steht an der Bar, an der Hotelbar und dann ist eine Frau und dann geht er zu der Frau hin und sagt zu ihr so, hey, ich würde jetzt eine Million Euro geben und dafür gehen wir jetzt aufs Zimmer und haben Sex. Und die so, ja okay, lass machen, das mache ich, eine Million. Und dann sind die halt, gehen in den Fahrstuhl und fahren hoch und laufen dann zum Zimmer im Flur und dann sagt er, ah, würdest du das auch für 100 machen? Und dann sagt sie so, ey, ich bin keine Nutte. Und dann sagt er, klar bist du eine Nutte, wir reden jetzt nur über den Preis. Das haben wir eben schon festgestellt, dass du eine Nutte bist. Und das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel. Letztendlich ist das dann alles Prostitution. Bei einer Million, sorry, wer ist da? Ja, aber trotzdem bist du käuflich dann. Also für eine Million bin ich auf jeden Fall käuflich. Da dürfte es auch nur 2,5 von 10 sein. Für eine Million würdest du auch jemandem sagen, ich liebe dich. Safe. Für eine Million würde ich einiges machen. Ja, okay, das haben wir jetzt established. Aber eigentlich hast du mit niemandem Sex für Geld, um das auch nochmal vorherzugreifen, bevor wir über Sugar Baby sprechen. Mein Verständnis von Sugar Baby war auch immer, dass man mit den Leuten Sex hat. Aber dazu kommen wir ja gleich. Okay, dann sage ich noch nichts dazu. Dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht sage ich es jetzt nochmal, weil mir das so oft geschrieben wird und ich auch immer wieder Angebote per Mail oder per DM kriege, wo ich merke, das sind Leute, die danach fragen. Ich biete keine sexuellen Dienstleistungen an. Kein Sex, nichts, was irgendwie in die Richtung geht. Kein Küssen, kein Kuscheln. Ich bin… Nein, mache ich nicht. Machst du nicht. Apropos Sex, kuscheln und küssen. Wie läuft das Datingleben? Du bist jetzt wieder Single. Wie ist es als Single-Frau in Berlin? Also ich muss schon sagen, ich bin ein guter Single. Guter Single für dich oder guter Single für die Männer, die du triffst? Triffst du nur Männer oder auch Frauen? Ich treffe nur Männer, aber ich habe in letzter Zeit auch Frauen getroffen. Outing? Nein, also genau. Tendenziell sind es schon eher Männer, aber ich fühle mich von Frauen auch hingezogen tatsächlich. Und was war eigentlich die Frage? Die Frage war, du hast gerade gesagt, du bist ein guter Single. Ach so, genau. Ich bin eine extrem gute Freundin, würde ich behaupten. Also so für meinen Partner, genau, für meinen Partner würde ich, also ich glaube, ich kann von mir sagen, ich bin ein echt guter Partner. Du warst ja auch drei Jahre lang treu. Komplett. Ich bin, sorry, ich muss kurz lachen. Ich bin wirklich eine richtig treue Seele und ich bin einfach, würde ich wirklich sagen, eine ehrliche, authentische, gute Freundin. Aber ich bin auch wirklich ein guter Single, weshalb ich nie ein Problem damit hatte. Ich bin nie, wenn ich Single bin, so, oh mein Gott, ich brauche unbedingt einen Freund und ich bin nie, wenn ich einen Freund habe, so, oh mein Gott, ich muss unbedingt Single sein, weil ich einfach in beiden Situationen echt gut klarkomme. Ich bin sehr gerne für mich, aber ich habe auch sehr gerne einen Partner, mit dem ich alles teile. Deswegen, ja, Single-Leben macht Spaß. Ich habe mich da relativ schnell wieder eingefunden und habe eine gute Zeit, ja. Lebst das aus, was dich so ein bisschen aufgestaut hat? Ja, kann man so sagen. Und was bei dir interessant ist, ich glaube, was viele ja vermuten würden, da du dieses Sugar-Baby-Ding machst und strippen, ist ja, glaube ich, oft das Vorurteil, dass Leute, die sowas machen, Daddy-Issues haben. Aber du stehst ja eher auf, du stehst auf Jüngere sogar, ne? Ja, ich habe schon tendenziell was mit Jüngeren. Wie alt bist du, 22? 22 bin ich, genau. Und du datest auch 18-Jährige, ne? Ist ja legal, kannst du sagen, ey. Du outest mich gerade richtig. Das ist doch voll okay. Ja, tatsächlich. Aber du stehst auf Jüngere, ja? Ich finde Jüngere tatsächlich meistens attraktiver, einfach vom Aussehen her. Ich stehe halt einfach auf so große Typen mit wuscheligen Haaren und ja. Da, wo sonst niemand draufsteht. Wusstest du, dass Körpergröße ist das wichtigste Kriterium für Frauen? Das wundert mich gar nicht. Ich sage immer, jeder Zentimeter über 1,90 macht eine richtig fette Red Flag weg. Da lacht, hinter uns lacht eine Red Flag über 1,90. Ja, zwei Zentimeter über 1,90. Ja, er hat bestimmt auch zwei Red Flags. Ich meine, das ist ja so ein Klischee. Es gibt ja auch so diese TikTok-Videos dazu, ne? So, was weiß ich, er meldet sich nicht, er ghostet mich. Er ist sonst alle Red Flags. Aber er ist 1,95. So, ja, fuck it. So, I love it. Sind die TikToks von mir? Vielleicht. Ich mache gleich genau so eins. Machst du gleich genau so eins. Nein, das ist natürlich so. Es ist aber auch nichts Neues, aber Körpergröße ist, ich kenne jemanden, der bei einer Dating-App arbeitet, wo man auch filtern kann und Frauen filtern nach… Hint? Nee, kann ich nicht sagen, wo. Eine andere, ein bisschen seriöser, aber ist ja auch egal. Letztendlich ist alles das Gleiche. Frauen ist Körpergröße und Gehalt wichtig. Okay, krass. Wobei Gehalt… Bei Geld irgendwie bin ich da noch gar nicht… Also, das ist irgendwie so ein Ding, mir ist lieber wichtig, dass er voll diszipliniert ist und irgendwie sein Leben im Griff hat, als dass er irgendwie viel Geld hat. Ich glaube, wofür Geld ja auch steht, ist nicht nur, dass er Kohle hat und mich einladen kann, sondern das steht ja auch für einen gewissen sozialen Status und dass er sein Leben vielleicht im Griff hat. Ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber mir ist dann trotzdem… also ich habe lieber so jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, wenig Unterstützung von seinen Eltern hat und halt voll viel arbeitet, als jemanden, der einfach nur fett geerbt hat, fett Kohle hat, aber halt den ganzen Tag auf der faulen Haut sitzt und dreimal durch irgendeine Prüfung fällt. Also, es gibt wenig, was mich mehr abturnt als Typen, die so… Ich finde Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit… Unzuverlässigkeit, auch eklig. Auch wenn ich… ich habe dich ja bei unserer ersten geplanten Podcastaufnahme versetzt, was mir auch sehr leid tut, was mir echt sonst… Aber du hast einen guten Grund. Ich hatte einen guten Grund und es war wirklich ein, ja, ein gesundheitlicher Notfall, nicht bei mir, aber bei einer anderen Person. Ich bin heute… ich kann es jetzt anonym erzählen, vielleicht hört diese Person auch nicht den Podcast. Ich war heute noch zu einer zweiten Podcastaufnahme verabredet und es war schon unsere zweite Verabredung und er hat zweimal am gleichen Tag abgesagt und nicht von selber, sondern ich habe ihm Stunden vorher nochmal geschrieben, so ey, weil du schon… du kennst das bei Leuten, wenn du eigentlich schon weißt, ah, das steht auf wackelnden Beinen und dann fragst du nach und dann so, hey, steht das heute, wir sehen uns dann und dann und dann so, ah nee, geht doch nicht. So, das kommt jetzt. Wann wolltest du mir das mitteilen? Ja, nein, das verstehe ich. Und das finde ich echt so einfach respektlos. Ja, nein, ich bin auch… Zuverlässigkeit ist mir unglaublich wichtig, auch in Freundschaften. Und ich finde das total anstrengend, unzuverlässige Menschen um mich zu haben. Deswegen fühle ich das hundertprozentig. Genau, also das ist ja wichtig. Also Körpergröße und zuverlässig. Ist ja eigentlich so. Eigentlich nur Körpergröße. Wie gesagt, das kann einer… Eigentlich nur. Wenn er 1,95 ist, kann er von mir auch so rüber absagen. So für jeden Zentimeter mehr kann er eine halbe Stunde zu spät kommen zum Date. Da wartest du auch drei Stunden, wenn er… Aber gibt es eine Grenze bei Körpergröße? Weil irgendwie so dann zwei Meter zehn sieht auch schon wieder awkward aus, oder? Das sagen tatsächlich ja viele, aber ich sage die ganze Zeit tatsächlich als Maul. Lass dir mal ein anderes Zwischenwort einfallen. Auf jeden Fall… In der Tat. For real. Viele… Bin ich ehrlich. For real, das ist gut. For real. Ich kenne viele, die so eine Max-Grenze haben. Ich habe die nicht. Ich erinnere mich noch an so einen Typen, mit dem ich getanzt habe, der 2,13 Meter war. Und ich war im Himmel. Ich war so, oh, toll. Folge, du bist eins, was hast du ja eben gesagt, 1,65 bist du, ne? Das ist egal, wie groß ich bin. Ich weiß, dass ich theoretisch eigentlich auch so… Ich weiß… Ich kann noch nichts dafür. Gibt es für dich denn… Hast du so einen Filter eingestellt auf Körpergröße? Also was… Also so das Minimum ist? Nee, aber ich sage mal so, wenn ich so swipe und ich sehe so… Also alles unter 1,90 muss schon sehr, sehr hübsch sein und dann muss halt auch alles stimmen. Wenn jetzt ein Typ ist, der ist relativ hübsch und dies und das und der ist nur 1,85, dann ist das auch für mich in Ordnung. Aber angenommen, da sind schon so ein, zwei, drei Sachen, die mir nicht passen und dann steht da so 1,80. Du musst das komplette Paket einfach, ja. Ja. Aber ich betrachte schon das Gesamtpaket und da ist mir die Größe einfach sehr wichtig. Ist dumm. Ist ja okay, da ehrlich zu sein. Genau, wenigstens bin ich jetzt ehrlich und sage, hier, ich habe dich letztens geghostet, weil ich dich gesehen habe und du kleiner warst, als ich dachte. Ist das schon passiert auf Dates, dass mit der Größe gelogen wurde und dann kommt der an und ist dann, wo ist er denn? Und dann einfach so, ach, der war unten. Irgendwie nur einmal. Mir ist es nur einmal passiert. Mir ist nur einmal passiert, dass ich auf ein Date gegangen bin und den gesehen habe und mir so dachte, du hast komplett gecatfischt mit allem. Der stand da, ich dachte mir einfach nur so, i. Und dann hat er mir noch irgendwas von seinen Schuhen erzählt und dann habe ich diese Schuhe angesehen und ich war so richtig so, ach du Scheiße. Und dann hatten wir ein Date und es war eh schon nicht so gut und dann hat er den Vogel abgeschossen. Wir sitzen da so am Mainz, so in Frankfurt und auf einmal kommt ein Obdachloser vorbei und fragt halt so, ja, kann ich vier Euro für so eine Unterkunft? Und ich war so, ja, ey, hier vier Euro für deine Unterkunft, habe ich ihm gegeben. Und dann war ich so, oh mein Gott, danke. Irgendwie dann hat er noch ein Feuer gefragt oder irgendwie sowas. Und mein Date guckt ihn so an, er geht so und sagt so, hey, warte nochmal kurz. Ich war so, oh Gott. Und er guckt diesen Obdachlosen an und sagt so, was hat im Leben für dich Bedeutung? Ich war so. Hat den gefragt? Ja, mein Date hat einfach diesen Obdachlosen gefragt, was für ihn im Leben Bedeutung hat. Ich war so, respektlos, bist du dumm? Und dann haben die angefangen über Gott zu reden, weil der dann halt so meinte, ja, Gott. Und dann haben die so angefangen über Gott und die Welt zu reden und ich war einfach nur so abgeturnt. Und echt, das war voll schlimm, weil ich konnte das Date nicht beenden, weil ich habe die ganze Zeit auf mein Handy geguckt. Ich wollte meiner Freundin schreiben, dass sie den typischen Girls-Alarm-Anruf macht. Ging nicht, da die ganze Zeit auf mein Handy geguckt. Ich war so, du verpissst dich, jetzt guckst du nicht immer auf mein Handy. Hättest du nicht einfach so drangehen können und tun können oder fällt das auf? Nein, ich musste ja erst mal schreiben, dass ich diesen Anruf brauche. Ja, okay. Oh Mann. Er ist dann im Megis auf die Toilette gegangen. Ich war so, Lisa, in fünf Minuten, rufst du mich an? Und das hat dann geklappt. Dann wollte er mich noch zum Abschied küssen. Ich weiß nicht, auf welchem Date warst du, aber egal. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Interessant. Ich glaube, für Frauen ist es viel akzeptierter zu sagen, so unter 1,85 kommt für mich nicht in Frage. So wenn Männer sagen würden, so ey, Doppel-D mindestens, drunter bumse ich nicht. Würde halt jeder sagen, so toxische Maskulinität, oder? Ja, ich weiß, es ist so schrecklich. Aber ich glaube, dass Frauen da generell viel, wie soll man es sagen, viel respektloser mit dieser ganzen Sache umgehen. Also wenn ich ein Date hatte und da ist was gegangen, dann gehe ich sofort auf den Mädels-Chat, der ist noch nicht mal die Treppe unten. Dann bin ich so, ey, und sein Schwanz sah so aus und er hat mich so genommen und dann haben wir das gemacht und so, weißt du, was ich meine? Ich glaube, Männer haben einen viel schlechteren Ruf und ich muss sagen, so aus meiner Erfahrung, wir reden darüber, also jetzt außerhalb von Beziehungen, vielleicht so, hey, war gut oder es war schön, aber jetzt nicht so richtig so, oh mein Gott, ey, die hat gestunken und die konnte es gar nicht. Männer sind da respektvoller, finde ich, und Frauen so packen so jedes Detail auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal so sagen kann, aber ich glaube, es geht halt tatsächlich schon in die Richtung, wie du das halt gerade schon so sagst. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass Männer so einen schlechten Ruf haben, dass wir uns dann halt so denken… Ist das so Payback-Time, so ein bisschen? Wir denken so, oh ja, krass, Emanzipation, wir lästern jetzt auch mal richtig fett, aber dann schlagen wir halt eigentlich über die Stränge. Du hast eben auch über ein Date gelästert, wo es nicht nur um Körpergröße ging. Nein, bitte, ich kann… Ja, das… Ist das für dich auch eine Red Flag? Was heißt Red Flag? Das ist überhaupt keine Red Flag, wenn du einen kleinen Penis hast, so das ist ja, also, du hast es mir auch erzählt, es gibt ja auch Frauen, die da drauf stehen. Ey, boah, so wie du das jetzt erzählt hast, wirkt es halt so, als ob ich einen kleinen Penis hätte. Es ging in dieser Geschichte nicht um mich. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ja, eben, ich habe da auch nie drüber geredet. Weißt du, ich will jetzt auch einfach nicht angeben. Weißt du, wir Männer mit großen Penissen haben auch viele Probleme. Aber nein, eine Freundin von mir hat mal erzählt, dass sie es liebt, Sexdates zu haben mit Männern mit kleinen Penissen, weil sie da schneller kommt, weil sie sich entspannt, weil sie das Gefühl hat, dem schuldig nichts. Ich mache jetzt hier den Seestern. Ich mache den Seestern. Und wenn sie einen Typen hat, der irgendwie besser gebaut ist und irgendwie so einen großen Schwanz hat, dann hängt sie sich halt voll rein, weil sie so intimidated ist und denkt, sie ist ihm was schuldig und kommt dann nicht so schnell. Ja, das war die Logik dahinter. Und sie meinte auch so, Männer mit kleinen Penissen geben sich einfach mehr Mühe dann bei anderen Dingen. Ja, das ist nämlich das, was ich dazu sage. Ich gebe mir bei jedem wirklich gleich viel Mühe. Ich finde, jemand mit einem kleinen Penis hat meine Mühe genauso verdient wie jemand mit einem großen Penis. Aber er hat kein zweites Date verdient. Nein, ich muss sagen, mir geht es dann eher darum, wie der Rest ist. Und das ist halt wirklich so, ich habe das Gefühl, dass Männer, die gar nicht mal unbedingt einen kleinen Penis, aber die so irgendwie, was weiß ich, vielleicht optisch jetzt nicht, vielleicht optisch deutlich unter mir sind oder so, dass die sich schon mehr Mühe geben. Und da kommen halt auch Männer mit einem kleinen Penis dazu. Die haben meistens andere Sachen, die sie extrem gut können. Ey, ganz viel Mitgefühl und Mitleid für Männer mit einem kleinen Penis. Wirklich. Oh, das ist so fies. Es tut mir wirklich weh, darüber zu lästern. Weil man kann da ja nichts machen. Nein, das ist genauso mit der Körpergröße. Und ich komme gerade so schlecht rüber. Nein, überhaupt nicht. Weil ich mich gerade über zwei Sachen abranken. Du bist halt wenigstens ehrlich. Das ist ehrlich. Das ist okay. Ja. Das ist okay. Ich werde eh viel gehatet. Wenn dazu noch ein paar mit kleinen Penis und kleiner Körpergröße dazukommen, let's go. Ja, aber man kann da halt wirklich nichts machen. Also doch, es gibt sowas wie Penisverlängerung, aber ich glaube, das ist eine ziemliche Pain. Also man muss das jetzt auch nicht übertreiben. Ich meine, es ist jetzt auch, ich sag mal so, es ist jetzt auch kein, ist es ein K.O.-Kriterium. Es ist nicht für jeden ein K.O.-Kriterium. Man kann sich da schon rausholen aus der Schiene. Genauso Männer mit großem Penis. Sorry, aber die haben es auch nicht immer drauf, nur weil sie einen großen Penis haben. Das ist vielleicht auf den ersten Blick irgendwie cool und man denkt so, jawohl, aber es ist viel mit Schmerzen verbunden. Die müssen viel mehr aufpassen, was sie machen und haben es auch, also ich hatte auch schon Leute mit großem Penis extrem schlechten Sex. Ich habe auch extreme Rückenschmerzen einfach, weil ich so nach vorne gebeugt bin die ganze Zeit. Nein, nein. Und ich glaube, Männer mit großem Penis müssen ja auch mehr Arschmuskeln haben, weil du musst ja dann quasi immer deinen Po anspannen, damit du nicht vorne umfällst. Ja, genau. Aber eigentlich, der hängt ja eigentlich ziemlich mittig. Also Brüste sind ja ein größeres Problem, weil die ziehen ja nach vorne. Also weißt du wahrscheinlich nicht. Ja, darüber hatten wir vorhin dann auch geredet. Ich wäre, glaube ich, so verletzt. Ich habe jetzt echt nicht so viel Hals vor der Hütte, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Aber das würde mich so verletzen, wenn nach einem Date, so wie ich über die rede, die über mich reden würde. Wenn sie mal so reden würde über dich, ja. Die hatte diese richtig kleine Mückenstiche und die habe ich dann ausgepackt. Ich war so abgeturnt, aber es gab schon keinen Weg zurück mehr. Und dann musste ich die halt flachlegen, obwohl sie richtig kleine Titten hatte. Und weißt du, was ich meine? Und ich war so Augen zu und durch. Und das wird dir schon verletzen? Voll. Also, nein. Ich habe mal eine Freundin, die hat einen Kumpel von mir gedatet. Das war so eine Urlaubsbekanntschaft. Und dann kam in einem Gespräch auch raus, dass sie ein Ranking hat. Alle Typen, mit denen sie schon Sex hatte, hat sie halt gerankt nach verschiedenen Kriterien. Und meinte dann auch so ganz klar so, dass der Typ, der da gerade mitsaß, so ja, nee, das ist nicht ganz oben, auf keinen Fall. Hat die vor dem gesagt? Hat die vor dem gesagt. Und das finde ich, also ich habe nie irgendeine Liste gemacht. Also die drei Namen konnte ich mir halt immer merken. Ja, ich glaube, also ich habe mir eine Liste quasi schon angelegt. Du hast auch eine Liste? Weil manchmal gehe ich diese Liste durch und vergesse und bin so, wer ist dieser Kasper? So, weißt du, was ich meine? Also es ist so, ich kann es mir trotzdem nicht merken. Aber ja, ich muss sagen, mein Bodycount, also jetzt Leute, mit denen ich Sex hatte, waren jetzt auch nicht so viele. Also die kann ich mir schon. Theoretisch könnte ich die, glaube ich, auch noch alle aufzählen. Könntest du alle aufzählen? Nein. Auf keinen Fall? Nein. Ja, guck und hättest du eine Liste geführt, dann wüsstest du es jetzt. Ja, aber was will ich mit dieser Information? Was aber auch gar nicht nur daran liegt, dass es besonders viele waren, sondern ich habe jetzt einfach schon seit, das klingt blöd, ich habe jetzt einfach seit fast 25 Jahren Sex. Ja, das ist viel, das ist lang. Ich habe seit 25 Jahren, ich habe bald silbernes Sexjubiläum. Oh mein Gott, warum feiern wir sowas nicht? Stimmt, sollte man eigentlich 25 Jahre Sex. Aber könntest du das Datum rausfinden, an dem du entjungen kommt wurdest? Ich nicht. Könnte ich, ist aber richtig, richtig traurig. Also hast du es mit irgendwann was verbunden oder warum? Ich weiß, ich weiß die Person, die das war, was richtig traurig ist, mein erstes Mal, ich habe gelogen, ich habe gesagt, ich hatte schon Sex, das heißt, sie wusste das gar nicht. Und es ist irgendwie so, mein Sexleben hat einfach mit einer Lüge angefangen und das ist echt traurig. Meine erste Mal-Story ist auch richtig schlimm. Und ich war natürlich auch nicht gut. Natürlich nicht. Es wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn ich gesagt hätte, das ist mein Erster. Weil für sie war es das erste Mal und für mich auch und wir konnten diesen Moment gar nicht zusammen, weil ich es so getan habe, es wäre ich weiß Bescheid. Weil es mir irgendwie unangenehm war, da ich noch keinen Sex hatte. Aber es ist halt irgendwie dumm, ja. Es ist dumm, ja. Es ist sehr dumm. Es ist wie wenn man irgendwie vom Lehrer so richtig angibt, dass man voll Ahnung hat vom Thema und dann nimmt er dich dran und dann musst du es vor der ganzen Klasse so… Ja, es ist viel besser, immer irgendwie den Ball flach zu halten. Ja, ist so. Ich hatte… Nee. Egal. Ja, egal. Besser nicht. Ich habe noch… Hat sich denn jetzt für dich was geändert, seitdem du Single bist in deinem Job als Stripperin oder ist genau das Gleiche? Nee, ist eigentlich genau das Gleiche. Oder bist du ein bisschen freier oder… Nee, das ist es ja. Also das war ja schon immer auch mein Anspruch irgendwie auch in einer Beziehung, dass sie mich irgendwann nicht so wirklich was hindert. Und deswegen hat sich jetzt nichts geändert. Das Einzige, was sich jetzt ändern könnte, wäre, wenn da jetzt jemand rein spaziert, den ich optisch wirklich attraktiv finde oder so. Aber würdest du jemanden daten, der auch in einen Stripclub geht und für einen Labdance zahlt oder so, sagst du trotzdem irgendwie… Ja, warum nicht? Nein, doch, würde ich an sich schon tun. Also ja, wenn da jetzt jemand rein… Also der ist ja jetzt kein schlechter Mensch, nur weil da in einen Stripclub gegangen ist, dann ist er bei mir nicht raus. Ansonsten würden ziemlich viele Leute rausfallen. Weil ziemlich viele Leute, glaube ich, schon mal im Stripclub waren. Ja, eben, eben. Die Leute sind einem immer näher, als man denkt. Eine Frage, du hast letztens auch in der Insta-Story, glaube ich, mal gepostet auf eine Frage, so du würdest nie für einen Freund irgendwas aufgeben. Ja, würde ich nicht machen. Was ja schon ein hartes Statement ist. Also du würdest, wenn es jetzt die Liebe deines Lebens ist, also gerade jetzt, ich glaube Beziehung steht jetzt gerade für dich eh nicht ganz oben. Nee, ich möchte jetzt auf jeden Fall und Leute wirklich, sobald ihr hier im Raum sitzt, haltet mich davon ab. Ich will auf jeden Fall mindestens mal zwei Jahre Single sein. Ich halte dich von gar nichts ab. Und wer sonst hier so im Raum sitzt, ich glaube, der hält dich auch nicht davon ab. Doch, der hält mich davon ab. Das ist das große Geheimnis jetzt die ganze Zeit, wer da sitzt. Vielleicht lösen wir es auf zum Schluss. Okay, du willst jetzt einfach zwei Jahre Single sein. Ja, weil man muss schon sagen, Single sein hat einen extrem großen Vorteil, genau den auch Beziehung hat in eine andere Richtung. Und zwar ist es so ein Grundgefühl. Ich finde, das Grundgefühl, während man in einer Beziehung ist, ist einfach so ein Gefühl von Sicherheit. Man hat einfach immer jemanden hinter sich stehen. Und dieses Gefühl von Sicherheit ist einfach unbezahlbar. Das ist einfach richtig schön, dass man einfach weiß, man hat da jemanden. Ja. Und man wird geliebt auf die Art und Weise, wie man ist. Ja. Und das ist richtig, richtig schön. Aber das fällt ja jetzt weg, wenn man Single ist. Aber das, was richtig geil ist, was dann wiederkommt, man ist so unabhängig. Ich habe tatsächlich sofort, als ich mich getrennt habe, ist mir irgendwie so ein Stein vom Herzen gefallen. In die Richtung, dass ich jetzt, ich meine, ich bin nächstes Jahr mit meinem Studium fertig. Und ich kann jetzt einfach wirklich machen, was ich will. Und davor hätte ich mich schon tendenziell nach meinem Partner gerichtet. Ich wäre bestimmt nicht mega weggezogen. Beim Thema Reisen oder wo du hinziehst. Also ich habe geguckt, es gibt zum Beispiel super viele interessante Master für mich in Wien. Hätte ich jetzt, glaube ich, vielleicht nicht gerissen, wenn ich noch in einer Beziehung gewesen wäre. Plus ich habe jetzt die Perspektive, dass ich wahrscheinlich erstmal im Ausland arbeiten will. Hatte ich dir ja schon mal erzählt. Du willst auch als Tripperin arbeiten im Ausland. Genau, ich will im Ausland als Tripperin arbeiten. In Thailand, oder? Nein, da macht es ja gelbmäßig Kennenzen. Australien oder USA. Und dann würde ich da vielleicht einen Fernmaster oder so machen. Und vielleicht mal wirklich ein Jahr wegbleiben. Oder einfach, ich will ein One-Way-Ticket, werde ich mir buchen. Und das hätte ich halt vorher nicht gemacht. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, dass ich so frei bin. Ich glaube, in den USA und Australien, das ist jetzt klugscheißer, kannst du kein One-Way-Ticket buchen. Sonst kommst du nicht rein in das Land. Aber das ist eine Kleinigkeit. Ja, ist eine Kleinigkeit. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst vom Mindset her, willst du ein One-Way-Ticket buchen. Oder ein Ticket, was man sich dann halt verschieben kann. Ja. Klar, keine Beziehung hast du natürlich. Du kannst aufstehen und deinen Tag gestalten, wie du willst. Das kann man in der Beziehung ja auch, aber du musst irgendwie auch nicht Bescheid sagen. Man darf schon. Es gibt natürlich auch Beziehungen, wo das alles möglich ist. Genau, es geht ja auch nicht ums Dürfen. Das ist ja das, was ich auch sage. Ich will mir in einer Beziehung nichts verbieten lassen. Aber man ist natürlich schon geneigt dazu, Sachen nicht zu machen. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie zum Beispiel dieses Wegziehen, weil ich will ja dann bei meinem Partner sein. Und das war wirklich die erste Erleichterung. Das, was mir irgendwie am krassesten geholfen hat, auch einfach nicht traurig darüber zu sein, dass ich nicht mehr in einer Beziehung bin. Einfach das Gefühl von Freiheit. Das ist schon richtig gut. Aber es ist ja gut, wenn du mit beidem umgehen kannst. Es gibt ja Leute, die krasses Nähe-Distanz-Problem haben und gar nicht mit einer Beziehung klarkommen. Und es gibt Leute, die, sobald sie Single sind, so ganz desperate auf der Suche sind. Und es ist ja auch gefährlich, ey, wenn du so desperate auf der Suche bist, dann gerätst du auf jeden Fall an die falschen Leute. Auf jeden Fall. Die das dann irgendwie riechen. Weil die Leute, die richtig cool sind, die haben natürlich keinen Bock auf so Leute, die so desperate sind. Du ziehst die falschen Leute an. Aber dieses Standards-Ding ist generell ein bisschen schwierig, was mir jetzt beim Daten auffällt. Wenn du viel rumkommen willst, dann darfst du einfach keine hohen Standards haben. Du meinst viel rumkommen, wenn du mit vielen Leuten dich treffen willst und Sex haben willst? Also angenommen, du sagst jetzt, ich habe nur mit Leuten Sex, die mich nicht, die zum Beispiel, zum Beispiel, nein, aber wir hatten neulich ein Gespräch mit meiner besten Freundin und ich und es ging so darum, also es ist schon länger her, aber es ging so darum, dass wir nur, wir haben uns so die Hand gegeben, okay, lass nur mit Leuten Sex haben, die selber ein Kondom dabei haben und von selber darauf kommen, das anzuziehen. Wow, da fallen, wie viele Leute fallen da raus? Also wie viel Prozent, das musst du erinnern, so ey, du kannst es ja so bis zum Schluss warten, mal gucken, ob was kommt von ihm. Und dann so, ah, hast du da nicht was vergessen? Ah ja, ah ja, ganz vergessen. Und wir hatten uns vorgenommen, dass wir das dann abbrechen, wenn das passiert. Wie viele Dates hättest du abbrechen, wie viel Prozent der Typen machen das nicht, würden einfach ohne Kondom? 80. 80. Schock. Ja, also. 80 Prozent würden einfach. Tatsächlich bei meiner Freundin, wir hatten. Ohne zu fragen vorher, wie du verhütest, was du hast. Also sie würden auch noch nicht mal fragen, ob du irgendwie die Antibabypille nimmst oder irgendwas. Ich, vielleicht von den, also man muss dazu sagen, wir waren mehrere Mädels und wir hatten dieses Gespräch und wir hatten, das war in Indonesien und da hatten, wir waren jetzt in einer Gruppe, wo jeder von uns Sex hatte in diesem Urlaub. Und wir haben alle rekapituliert und haben alle aufgeschrieben, ob die quasi jeweils gefragt hatten und auch, ob die nach der Verhütung gefragt hatten, die wir machen. Wir haben das alles aufgeschrieben und wir sind, glaube ich, insgesamt auf zwei oder drei Typen gekommen, die überhaupt gefragt haben, wie wir verhüten oder ob wir verhüten. Das ist crazy. Und wir hatten auch drei Kondomunfälle in dieser Gruppe. Zweimal war es derselbe Typ, dass es da abgerutscht ist, wo man dann halt auch merkt, okay, vielleicht hast du einfach nicht die richtige Größe ausgewählt, wenn das zweimal passiert. Der dann auch so war, so, ja, scheiß drauf, lass ohne, ich zieh einfach raus und sowas. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. So ist nicht schlimm, dass du nicht die Pille nimmst, ich zieh einfach raus. Wow. Das ist verrückt. Also ich glaube, so AIDS ist eigentlich einfach, so HIV ist gar nicht mehr irgendwie im Mindset drin, dass das irgendwie gefährlich ist. Das ist auch so, wenn man mal mit Leuten spricht, wie viele schon mal, also gerade mit Männern, ich muss sagen, wir sind schon sehr vorsichtig, meine Freundesgruppe und ich, ohne Kondom geht gar nichts und wir lassen uns auch alle testen und sowas. Wir waren tatsächlich heute da, also nicht ich, aber meine Freundin, ich war, hab begleitet. Sowas ist schon wichtig, dass man das regelmäßig macht, weil auch viele Krankheiten einfach oral übertragen werden und da benutzen ja die wenigstens ein Kondom oder ein Lecktuch oder so, kann mir ja keiner zählen. Lecktuch ist auch so ein Mysterium, glaube ich. Hast du schon mal in Action gesehen? Ja. Ja? Ja. Okay. Aber, na, macht das Spaß dann noch irgendwie? Okay. Hast du das mal Typen vorgeschlagen, das zu nutzen? Ähm, ja. Okay. Und die sind dann so, ja, okay, cool? Ja. Okay. Aber es war tatsächlich… Ist so ein bisschen wie so eine Tiefbüllpizza essen, ohne die Folie abzumachen. Nein, das ist gar nicht. Es ist wirklich ganz entspannt. Okay. Aber du hast ja eben gesagt, du hast eigentlich diese Grenze, dass du das, dass du dann abbrichst. Genau. Und das kannst du leider nicht machen. Oder dann hättest du keinen Sex. Ja, irgendwie in die Richtung geht es. Also wir hatten, ich glaube, wir hatten dieses Gespräch ja erst gegen Ende der Reise, wo das dann quasi, also wir hatten da ja, ja. Ja, aber da haben wir uns dann nochmal rekapituliert und da haben wir uns auch, am Anfang haben wir uns so die Hand gegeben und nach diesem Gespräch waren wir so, ja, okay, scheiß drauf, lass halt einfach noch mit Kondom machen. Aber diese Regel kann nicht funktionieren, weil dann halt einfach eigentlich alle wegfallen. Das ist verrückt. Aber wir haben uns die Hand drauf gegeben, dass wenn einer drauf besteht, dass wir es dann nicht machen, weil voll viele sind halt auch so, oh bitte, bitte können wir ohne, oh ich spüre nichts, oh ich mag das nicht, dies, das, bla bla. Ich kenne auch, ohne Namen zu nennen, Typen, die sagen, nee, wenn sie auf dem Kondom besteht, dann habe ich auch gar keine Lust auf Sex. Dann tschüss. Krass. Steh auf und geh. Crazy. Crazy. Interessant, aber interessant. 80 Prozent, das ist, meinst du das hat was mit dem Alter zu tun oder ich meine, du hast jetzt ja nicht so die Altersspanne. Ne, es waren so 20 bis 30-Jährige. Also es waren, wir waren ja wie gesagt eine Gruppe von Mädels und da waren ja auch viele, die für Ältere, die meisten Frauen stehen ja auf Ältere. So ich und noch eine andere waren eigentlich die Einzigen, die was mit Jüngeren hatten. Interessant und es macht keinen Unterschied vom Alter her wahrscheinlich, ne? Ne, gar nicht. Maria, ich habe ein paar Fragen. Ich habe ja irgendwie, ich habe die Community gefragt. Stimmt, eigentlich. Das ist die Frage, eigentlich wollten wir auch über das Sugar-Baby-Ding sprechen. Wirst du eigentlich, du hier mit deinen Social-Media-Aktivitäten, wirst du im Strip-Club eigentlich jetzt manchmal erkannt, dass sie sagen, ey, ich habe irgendwie deine Stripperin-Videos auf Instagram gesehen oder so? Ja, also ich kriege schon manchmal so, ah, bist du die von Instagram, bist du die von TikTok, bist du die von YouTube? Jetzt, wie gesagt, auch das erste Mal, ja, in so einem Podcast, er meinte, in dem Podcast mit diesem Typen, am Anfang meinte er irgendwas mit drei Buchstaben, ein Interview von einem Typen mit drei Buchstaben, wie Tom, Max oder irgendwie sowas. Moritz. Ja, ich war so richtig so, hä, ein Interview, weil es halt auch nicht Podcast war, sondern ein Interview, dann war ich so, hä, aber dann meinte er so, mit so einer kleinen, dünnen, mit einer dünnen, goldenen Brille. Und dann habe ich es gecheckt, aber tatsächlich auch, ich wurde tatsächlich angebrochen von dir, also über dich. Wow, wow, so ein paar Leute. Bist du gerührt jetzt? Gerührt ist das falsche Wort, aber ich freue mich auf jeden Fall. Weinst du? Wenn Leute den, so schnell weine ich leider nicht. Ich wünsche, ich hätte mehr Zugang zu meinen Gefühlen und Emotionen. Leider nicht. Jetzt weine ich gleich. Okay. Aber es haben auch wirklich, ich glaube, 5000 Leute haben die Folge auf Spotify gehört und auf YouTube nochmal so anderthalbtausend oder so. Also haben ein paar Leute gehört. Cool. Das freut mich. Aber hast du eigentlich Angst vor Stalkern? Ich bin vorsichtig. Also ich gebe, aber ich liebe nie meine Adresse her, nicht meinen Nachnamen her und achte schon da drauf, was ich jetzt mache und was ich sage, aber ich habe tendenziell schon manchmal Respekt davor, ja. Nicht unbedingt vom Stripclub oder vom Sugar Daddy sein oder so, aber mir schreiben halt teilweise wirklich Menschen täglich, täglich, obwohl ich denen nicht antworte. So selbst Monologe einfach. Ja. Und da habe ich dann schon manchmal, es gibt schon krasse Creeps da draußen und manchmal habe ich Angst davor, dass ich die anziehe, weil ich halt über sowas spreche. Aber ich glaube tatsächlich, dass es relativ egal ist, was du auf Instagram machst. Ich glaube, egal was für eine Präsenz du hast als Frau, wirst du, glaube ich, immer mit der Angst leben müssen, dass du irgendwann Stalker hast. Also ich weiß auch von Personen, die beispielsweise einfach Comedy machen oder andere Dinge erzählen und die auch sehr viele ungefragte Creepy-Nachrichten kriegen. Ich habe schon fast gedacht, deswegen, ich glaube, das ist halt… Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, was für eine Art von Content du machst. Also dieses alte Argument, das ist ja dieses alte Argument, so, ja, selber schuld, wie du dich anziehst oder selber schuld, was du sagst, selber schuld, wie du dich gibst. Doesn't matter. Ja, das ist ja auch das Lustige, weil ich mache ja an sich keinen anzüglichen Content. Ich würde nicht sagen… Stimmt, du redest ja darüber. Genau, ich rede darüber und ich bin ich und ich bin ehrlich, aber ich mache ja jetzt nie so, also so tanzen hat mich da jetzt, also ich bin ja nicht so, dass ich da mega viel Haut zeige oder sowas. Deswegen verstehe ich das auch manchmal irgendwie einfach gar nicht, wo da… Ja, Männer können ja, ich meine, du hast ja letztes Mal schon erzählt, ich meine, Fußnägel oder Füße oder ich meine, Männer können ja alles sexualisieren. Eben. Und geil finden. Ja, deswegen… Von daher. Aber machst du nicht so viele Gedanken drüber, offensichtlich. Nee, es geht, hält sich in Grenzen. Ich habe manchmal Respekt, aber ich habe keine Angst. Ja. Bevor wir jetzt mit dem Sugar Baby Ding anfangen, kurze Werbeunterbrechung. Ich wollte noch ganz kurz sagen, am 15. November bringe ich auf YouTube eine halbe Stunde meiner Comedy raus, so ein kleines Special. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt schon mal folgt auf YouTube. Ja, und wenn ihr auf Spotify seid, kurz pausieren auf YouTube gehen, mir folgen, da heiße ich auch, Moritz Hohl. Und am 15. November kommt das Special raus. Cool, ich freue mich. Ja, du hast ja auch schon mal meine Auftritte gesehen. Ich mag deine Auftritte und ich mag auch, dass du mich immer mal wieder irgendwie fragst, auch wenn du mich länger nicht gefragt hast. Ich war jetzt auch lange weg. Nehmen wir es so. Aber ich freue mich immer wieder, es macht mir immer wieder Spaß und ich muss auch sagen, ich gehe immer raus und denke mir so, oh cool, mein Kumpel da, der war der Beste. Danke. Das ist sehr freundlich und du kannst bald wieder vorbeikommen, weil ich viel neues Zeug habe, weil ich jetzt mein ganzes altes Zeug, weil ich so die letzten zwei Jahre gemacht habe, so das Beste davon, kommt jetzt in diesem YouTube-Video raus und dann werde ich das eigentlich auch nicht mehr spielen. Ich habe jetzt ganz viele. Also keine Vasektomie-Talks mehr? Keine Vasektomie. Ey, in einem Video ist gar nicht das Vasektomie-Ding drin, weil ich das irgendwie schon ganz viele andere Videos habe. Der war gut, aber für mich war er auch durch. Ich habe den jetzt auch zu oft live gesehen, zu oft auf dem Handy gesehen. Ne, kommt nicht mehr. Okay. Kommt nicht mehr, kommt ganz viel neues Zeug. Schade, ich werde nachdauern. Kannst dir jederzeit das Video anschauen. Okay. Also genau, am 15.11. Datum notieren. Ich werde auch noch ein paar Mal in diesem Podcast das sicherlich erwähnen. Hey, cool, Sugar Baby. Was bedeutet, also genau, ich hatte es falsch verstanden. Ich dachte, das ist Sex, eigentlich eine nette Ausdrucksweise für Escort oder wir verbringen Zeit miteinander. Wir nennen es nicht Escort, aber eigentlich ist es irgendwie das Gleiche. Aber das ist es für dich ja nicht. Genau. Ich muss da selber sagen, dass ich irgendwie mit den Begriffen sowieso gar nicht hinterherkomme. Wo ist es jetzt Prostitution, wo ist es Escort, wo ist es Sugar Baby, wo sind da die Grenzen? Ich dachte ja immer, dass ein Escort einfach nur mit Leuten ausgeht, weshalb ich mich mal in einer Escort-Agentur beworben hatte, worauf ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass ich da nicht weit komme. Als du so direkt gefragt hast, was würdest du denn machen, Blowjobs? Dann hast du so, hä, Moment mal, ich will essen gehen mit den Leuten. Ich meinte halt, ich weiß nicht warum, ich glaube, da war so ein Fragebogen oder so und da stand halt, dass ich nichts Sexuelles machen will und da habe ich eine E-Mail bekommen, hier, würdest du in keinem Fall Sex haben? Und dann war ich so, nein. Und dann war sie so, ah ja, nee, das machen bei uns alle, das geht sonst nicht. Und ich war so, hä? Ich dachte, Escort ist gar nicht so dafür da. Ich glaube, Escort ist ein fancy Wort für Prostitution einfach. Genau, deswegen bin ich so, was ist Prostitution und wo sind da die Grenzen? Ich glaube, die Preiskategorie ist, glaube ich, eine andere. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dann habe ich mich selber Sugar Baby getauft, weil das bin ich für mich. Dann habe ich aber auf TikTok, ah ja, auf TikTok folge ich jetzt einer, die auch Sugar Baby ist, aber die schläft auch mit den Leuten und geht auch mit denen in Urlaub und schläft dann halt auch da mit denen und redet da ganz offen drüber. Richtig tolle Frau und ich respektiere das ja auch bei jeder Frau, die jetzt macht, dich judge dann null. Das wäre jetzt auch komisch, wenn du selber Stripperin bist, aber voll abhatest über Leute, die Sexarbeit machen. Ja, aber könnte ich ja machen, weil ich mache ja keinen Sex. Das stimmt, aber trotzdem wäre es irgendwie merkwürdig, oder? Aber ich finde, ja, also ich judge sowieso niemanden für das, was er macht. Und ich finde es außer, es gibt schon einige Leute, die ich judge, aber halt in der Szene nicht. Ich judge keine Sexarbeiterin. Aber dann erzähl doch mal, du warst ja letztens, hast ja auch auf Instagram gepostet, in Hamburg mit deinem Sugar Daddy. Ja. Wie läuft das dann ab? Also ihr hängt einfach ab, aber ihr habt dann auch zwei Hotelzimmer? Genau, wir hatten zwei Hotelzimmer und das war noch wichtig. Und tatsächlich war er auch nie in meinem Zimmer oder ich in seinem, weil das ist ja dann, in der Sekunde kann es ja gefährlich werden. Nicht, dass ich ihm nicht vertraue oder ihm da irgendwas reininterpretieren möchte oder so, darum geht es gar nicht. Aber das ist auch einfach so eine wichtige Sicherheitsvorkehrung bei hinter geschlossenen Türen. Deswegen, selbst wenn er dann gesagt hätte, okay, wir haben zwei verschiedene Betten, aber ein Zimmer hätte ich trotzdem nicht gemacht. Verstehe ich. Und genau, ihr geht dann ins Museum, ihr geht essen und hängt ab. Ja. Und da kommt nie irgendwie ein Move oder dass er eigentlich mehr will oder dass er eigentlich hofft, dass dann doch was passiert oder ihm geht es nicht um Sex? Das ist so, das werde ich so oft gefragt, aber ich glaube, das liegt einfach, ups, ich bin jetzt kein Mensch, der wenig redet oder misskommuniziert oder so. Ich bin ja schon sehr ehrlich und das ist sehr offen und es kommt einfach nie zur Sprache, weil ich es von vornherein hundertprozentig klar mache. Verstehe ich. Wenn mich halt jetzt jemand anschreibt und sagt, hey, kann ich dich für drei Tage irgendwie irgendwo mit hinnehmen und lass uns vorher doch noch ein paar Mal treffen und was auch immer. Und dann das Erste, was ich schreibe, ist, hey, ich mache keine sexuellen Dienstleistungen, ich bin gerne eine Begleitung für öffentliche Orte und dies und das, aber wir werden uns niemals alleine in deiner Wohnung sehen und sowas. Das gebe ich von Anfang an. Und was meinst du, worum geht es diesen Leuten? Auch um das Gesehenwerden mit dir oder geht es um einfach irgendwie sich jugendlich fühlen, weil ich mit der jüngeren Person irgendwie abhänge oder also worum geht es, wenn es nicht um Sex und Nähe und Zuneigung geht? Es gibt total unterschiedliche Varianten und Formen von dem Sugar Daddy Beziehung, die ich habe. Ich habe teilweise Sugar Daddy Beziehung. Keine Ahnung, mein einer Sugar Daddy, der mit dem ich in Hamburg war, der arbeitet halt so viel, dass er einfach keine Zeit hat für irgendwelche Freundschaften. Genau, also was heißt Freundschaften? Er hat schon seine Freunde, aber die sind halt alle auf der Arbeit, das sind seine Freunde. Er hat keine Familie, weil er einfach keine Zeit dafür hat, aber er brennt so sehr für seinen Job, dass er wirklich, er hat zu mir gesagt, er würde den auch machen, wenn er nichts dafür bekommen wird. Für ihn ist sein Job wie so eine Droge, wie high sein. Also ein Workaholic. Er liebt es einfach, aber das macht ihn halt auch zu einem Menschen, der total unavailable ist für ernsthafte Beziehungen, die länger gehen und sonst was. Und deswegen, er hat zu mir einfach so eine freundschaftliche Beziehung. Mit mir kann er über seine Arbeitskollegen lästern, mit mir kann er essen gehen. So, ich meckere dann halt auch nicht, wenn wir einfach mal das machen, worauf er Bock hat. Das ist eigentlich nur eine Freundin ohne Widerworte. Also innerhalb dieser Grenzen. Irgendwie schon, ja. Und er will halt auch einfach gerade dann mal nicht, wenn er dann wieder auf Geschäftsreise ist, wieder nur mit seinen Kollegen abhängen, sondern er will dann einfach abends mal mit jemandem rausgehen, der so komplett fremd ist von dem allen und dem man das alles erzählen kann. So seine Version vielleicht auch von der ganzen Sache. Und für ihn bin ich einfach wie so ein Tagebuch und wir mögen uns einfach und er mag mich, ich merke auch, dass er mich wirklich, wirklich gerne mag und mir einfach gerne auch manchmal zuhört, wie ich meine banalen Geschichten von der Uni oder so oder von der Arbeit erzähle. Und deswegen haben wir so voll das entspannte Verhältnis. Du erzählst dann deine ganzen Dating-Geschichten. Wie du Sex hast und er sitzt halt total frustriert. Ja, das ist jetzt eher nicht so, aber so irgendwelche Sauf-Geschichten oder sowas. So eine Leichtigkeit. Meinst du, ihm geht es auch so ein bisschen um, naja, Daddy sagt ja eigentlich was anderes. Also auch dieses Vater-Tochter-Ding. Geht es ihm auch um dieses Kümmern, also Kümmern jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern so, ich bin auch für dich da oder wenn du mal ein Rad brauchst oder ich zahle jetzt das für dich. Also dieses Väterliche oder? Vielleicht nicht eher so, ich bin da, wenn du ein Rad brauchst oder so, aber er ist schon so, er kümmert sich, also er schenkt mir schon sehr gerne was. Ihm ist dann auch wichtig, dass, wenn wir irgendwie essen gehen, dass wir, dass ich mir das aussuche, was wir jetzt essen oder sonst was. So ihm geht es dann schon irgendwie auch um diesen Verwöhn-Aspekt. Irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Helfer-Syndrom, wenn er mir manchmal so. So Pleaser, so People-Pleasing ist das ja schon. Ja, wenn er mir was schenkt oder so. Ah, du bist doch eine Studentin, du brauchst es doch oder so, weißt du. So, das macht ihm schon Spaß. Aber ich habe auch andere Sugar-Daddies, wo das dann halt komplett anders ist. Wie viele Leute triffst du oder wie viele Leute? Gerade tatsächlich niemanden. Ah, okay. Ja, irgendwie hat sich das so ausgelaufen. Also ich habe jetzt hier, ups, ich habe jetzt hier vor Ort in Berlin tatsächlich niemanden. Das hat sich alles irgendwie so ein bisschen verlaufen, während ich jetzt so lange weg war. Das wird auch wieder kommen. Ich habe jetzt halt diesen einen, mit dem ich in Hamburg war, der mich halt mehr oder weniger nur für Geschäftsreisen haben will, weil er zu Hause halt wahrscheinlich eigene Freunde hat. Und ja, deswegen habe ich jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich jemanden. Und wie hast du dich jeweils kennengelernt? Im Strip-Club oder über Instagram? Die meisten kommen über Instagram, auch über eine Dating-App. Aber nicht, also das war jetzt, er hatte dann, du kannst ja bei Dating-Apps so einen Superswipe machen und direkt so eine Nachricht dazu schreiben. Dann sieht die Person das auf jeden Fall. Und darüber habe ich den einen kennengelernt. Aber das ist ja schon auch dann so ein Sicherheitsding. Trifft man sich dann erst mal im Café? Oder gibt es nicht auch super viel Spam mittlerweile? Ja, ich muss auch sagen, das macht es mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr Follower auf Instagram habe, kriege ich halt viel mehr Schrottanfragen auch. Und das nervt tatsächlich ein bisschen, weil ich auch durch diese, eigentlich bin ich ja voll der Sockenverkäufer und sowas gewesen. Aber es nimmt immer mehr ab, weil mir immer mehr schreiben, wo dann irgendwie nicht so wirklich was draus wird. Ich glaube, die macht einfach schon die Interaktion an und dann wollen die gar nicht mehr zahlen. Ja, und das nervt, weil ich müsste mir dann halt mal was überlegen oder vielleicht, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie halt jemand einstelle, der diese ganzen Gespräche halt für mich führt, diese ganzen DMs beantwortet. Weil die schreiben dann halt erstmal und dann wird da wieder nichts draus. Und das Ding ist ja auch, es ist ja voll schwer für mich alles zu dokumentieren. Weil ich muss das ja irgendwo dokumentieren für mich. Sonst verliere ich da ja komplett den Überblick. Fürs Finanzamt. Für die Steuererklärung und auch einfach dafür, dass ich überhaupt dazu komme, das denen dann zu schicken. Verstehst du, was ich meine? Ja, ist ja schon auch ein… Weil ich muss die Socken ja dann auch erstmal tragen, ich muss meine Fußnägen auch erstmal schneiden. Und dass ich dann nicht irgendwie das wieder vergesse, nachdem die mir das Geld schon geschickt haben oder so. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, I know. Also müsstest du vielleicht ausfauschen. Vielleicht brauchst du einen Assistenten irgendwann, der dir deine Sugar Daddy Anfragen will. Ich bin da tatsächlich echt einen Schritt zurückgefallen. Es ist nicht schlimm, weil ich in der Social-Media-Richtung dafür einen Schritt nach vorne gegangen bin und es mehr oder weniger so ein Austausch ist. Aber vielleicht muss ich mir halt echt mal irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, ob das über Onlyfans geht, mit Sachen verschicken oder so. Aber vielleicht müsste ich mir halt mal wirklich eine Webseite anlegen. Ja, ja. Ich kenne mich leider nicht mit aus. Ich kann auch, ich bin gerade ein bisschen overwhelmed, weil ich halt so viele Jobs habe, dass es mich langsam auch stresst, dass ich wirklich manchmal aufwache und mein Handy ist jetzt mein Job. Irgendwie ist gerade alles mein Job. Ich stehe auf und bin so, es ist einfach so viel. Und dann auch noch Dating leben, Freunde haben. Ich merke einfach gerade, dass ich so ein bisschen am Limit bin mit meinem Vollzeitstudium und dem Strippen und allem, dass ich gerade irgendwie mir nicht noch was aufheißen will. Ja, Prioritäten. Ich würde zum Beispiel auch voll gerne einen Podcast machen, wo ich nur mit Sexarbeiterinnen spreche. Ich glaube, der würde gut laufen. Weil das glaube ich, weil es mich auch ernsthaft interessiert, wie das bei denen ist und einfach so ein paar andere. Ich habe super tolle Gespräche schon auf Instagram mit anderen Sexarbeiterinnen geführt und ich bin so, oh, da würde ich voll gerne einen Podcast drüber machen. Aber ich habe einfach keine Kapazitäten. Keine Zeit. Muss man Prioritäten. Was? Also wenn dich so ein Sugar Daddy dann einlädt nach Hamburg, der zahlt nicht nur Hotel und sowieso alles, was dort ausgegeben wird, sondern geht es dann eher um Geschenke oder wirklich auch, okay, hier ist Kohle, das will ich am Tag haben? Ich mache, also wenn mich jemand fragt, hey, willst du so und so viel oder willst du was pro Tag haben, dann sage ich das auch. Aber wenn es gar nicht dazu kommt, dann sind es meistens Geschenke. Bei einer mehrtägigen Reise, also so ab drei Tagen brauche ich schon auch Geld, weil sonst würde ich ja arbeiten gehen an dem Tag. Da muss schon irgendwie ein Ausgleich stattfinden. Auch wenn es für den jetzt vielleicht schon eh voll viel kostet, mich da überhaupt erstmal hinzulocken und Hotel und sonst was. Aber ich kann ja nicht… Ja, ich kann ja jetzt nicht, ich kann ja nicht irgendwie so einfach so mein Leben so kurz pausieren. Ich verliere da ja auch aktiv Zeit. Verstehe ich. Ziehst du auch was aus dem Sugar Baby sein außerhalb der finanziellen Dinge auch für dich? Also dass dir das Freude bereitet oder… Nee, ich fände es im Großen und Ganzen einfach nur anstrengend, bin ich ganz ehrlich. An sich wären… Also wenn ich da… Setz dich um. Knack, knack. Wenn ich jetzt mit meinem Sugar Daddy dann im Restaurant sitze oder shoppen gehe oder so, dann ist auch alles gut, dann bin ich auch okay damit. Aber wie gesagt, ich bin halt einfach… Ich habe einfach sowieso schon einen hohen Arbeitspegel und dann stresst mich das ehrlich gesagt einfach nur, wenn noch was reinkommt. Und dadurch, dass ich auch wirklich Freunde habe, also normale Freunde, und ich denen auch noch Aufmerksamkeit schenken muss und irgendwelchen Kerlen noch Aufmerksamkeit schenken muss. Und dann musst du auch noch Podcasts aufnehmen mit mir. Ja, dann… Das ist auch noch viel. Aber kriege ich ja Sushi für. Ja, und dann ist es ja so, die Leute sind ja nicht ernsthaft meine Freunde in dem Sinne. Nee. Strengt mich das dann halt auch manchmal an, über die Sachen zu reden, über die wir dann reden. Ja, aber es hätte ja sein können, vielleicht für Leute auch so ein Fetisch zu sagen, so ey, es ist cool irgendwie, wie sehr der mich anhimmelt oder dass der mir Sachen kauft oder, auch wenn es jetzt nicht zu Sex kommt oder so, irgendwie so, das bereitet mir Freude, wie sehr der mich vergöttert oder sowas. Ich habe eine Bekannte, mit der ich spreche, die einen Fetisch irgendwie auch dafür entwickelt hat oder schon immer hatte und den dadurch irgendwie nochmal rausgefunden hat. Und ich sehe das, ich verstehe das, dass sie es irgendwie so ein bisschen kinky findet, da irgendwie so angehimmelt zu werden. Aber ich habe das nicht. Aber ich gehe auch nicht mit denen ins Bett. Für mich hat es einfach nichts mit Sex zu tun und sie halt schon. Deswegen ist es wahrscheinlich bei ihr irgendwie mehr. Was anderes, ja. Ja, aber ich habe das tatsächlich, ich verbinde das einfach nicht. Ich verbinde weder meinen Job als Stripperin noch Sugar Baby sein oder sonst was irgendwie mit Sex. Für mich hat es gar nichts damit zu tun. Ich wurde auch mal gefragt, ob irgendwie nicht mein Sex-Draft dann voll low ist, wenn ich schon so viel Sexualität von mir gäbe. Gäbe, gäbe. Und für dich ist das einfach eine komplett andere Kategorie. Genau, und ich war so irgendwie nicht. Für dich ist es wie so, was weiß ich, Bauarbeiter oder so ein Loch buddeln oder so. Also so körperliche Arbeit einfach. Ja, es ist halt einfach, ja, es ist für mich auch eher psychische Arbeit als körperliche Arbeit. Stimmt. Deswegen irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist das fast so wie so, als wäre ich irgendwie so schizophren. Ich habe so diese zwei Persönlichkeiten. Weiß ich gar nicht, aber es ist ja auch eher, ist ja wahrscheinlich auch eine Fassade, die du dort trägst. Ja, das war ja nicht. Vielleicht ist es wie Schauspiel. Also gespielte, gespielte Emotionen und Sexualität, die dort sind. Deswegen, ich kann diese Rollen schnell switchen, aber für mich sind es halt Rollen. Verstehe ich. Das bin ich wirklich ich, deswegen hat es auch null Einfluss irgendwie auf meinen Sex oder Flirten. Ich glaube, es ist nicht wirklich schizophren, weil schizophren würde ja wirklich bedeuten, dass du denkst, dass es so ist. Nein, nein, nein. Es war nicht ernst gemeint, ich mache mich nicht über psychische Krankheiten lustig. Doch, außer Borderliner. Nein, schau dir. Just kidding. Ich bin selber Borderliner, weiß ich nicht. Nein, keine Ahnung. Ich dachte, du bist bipolar. Das auch. Ist dir unangenehm, wenn du mit älteren Männern gesehen wirst? Nö. Also wie alt sind die denn, die Leute so? Unterschiedlich von 20 bis 51. Aber nee, ist mir nicht so. Keine Ahnung, die denken wahrscheinlich, dass mein Vater. Also du kennst mich doch ganz gut. Immer dieses Spiel zu raten. Was ist mir denn peinlich? Weiß ich nicht, ja. Jetzt auch ohne Mist so. Ja, offensichtlich nicht so viel. Nee, ich habe einfach eine sehr niedrige oder hohe Hemmschwelle. Du hast eine hohe. Ich habe gar keine Hemmschwelle. Ja. Was ist denn, hier fragt einer verärgerte Ehefrauen. Haben sich jemals irgendwelche Partnerinnen bei dir gemeldet oder sind das alles Singles, mit denen du zu tun hast? Nee, nicht alles Singles, aber die Partner haben sich noch nie bei mir gemeldet. Mit manchen Partnern war ich nicht gut. Ah, du hast auch Männer, die in Beziehungen sind? Ja, mit der einen Partnerin war ich auch voll okay befreundet. Also was heißt befreundet? Also in dem Kontext halt so. Wir haben halt manchmal auch alle zusammengechillt. Krass. Ich weiß nicht, ob wir da letztes Mal drüber geredet haben. Thema Drogen fragt jemand, weil es ja auch ziemlich verbreitet ist so in der Branche. Du konsumierst keine Drogen, ne? Null. Aber weder in meiner Freizeit noch in meinem Beruf. Ich habe einfach nichts mit Drogen am Hut. Alkohol, ja. Selten auch mal. Kiffen, das kann man glaube ich sagen. Kann ich das sagen? Ja, klar kannst du das sagen. Ich kiff auch ab und zu mal, also alle ein bis zwei Monate. Das ist ja unter Fernerlehen. Für mich ist es halt ein Event. Für mich ist es ein Erlebnis. Aber Drogen, gerade auch Kokain, glaube ich, ist in der Szene schon ein Thema, ne? Wo ist es nicht ein Thema? Ich glaube, wenn man mal wirklich die Augen aufmacht und einfach, ne? Du weißt es doch am besten. Ich weiß am besten. Wir hatten doch neulich noch ein Gespräch, wo du meintest, ja, da war jemand dabei, der Gucs hat und ich war so, hä? Mittlerweile habe ich diese Naivität abgelegt und mittlerweile merke ich, wenn, aber Drogen sind überall, wenn man das merkt, wenn man nicht super naiv ist. Ich glaube aber in diesem Umfeld, Stripclubs etc., in diesem Partyumfeld halt schon noch vermehrt. Ja, kann sehr gut sein. Also jetzt mehr als auf dem… Vielleicht ist es auch einfach Berlin. Ist es Berlin? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es Berlin ist. Ich glaube, es ist in Frankfurt oder in Zürich oder überall auch. Was habe ich noch? Eigentlich haben wir relativ… Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Einer hat eine dumme Frage gestellt, ob du Jungfrau bist. Ja. Ich glaube, das haben wir schon geklärt. Das ist so… Ja, weil ich nur Sex hatte mit kleinen Penissen, deswegen… Das Häutchen ist noch da. Das zählt nicht. Häutchen ist nicht so weit reingekommen. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ansonsten, wenn irgendwas offen bleibt, kannst du natürlich gerne irgendwann noch nochmal wiederkommen. Mir macht das Spaß. Lass uns das gerne öfter machen. Ja. Heute waren wir… Das war echt… Das war ganz spannend. Auch spannend, von deinem Datingleben zu hören. Ich wollte eigentlich mehr über Dating reden, weil ich irgendwie lustig habe auf deine Dating-Stories. Ja, die bereden wir dann nächstes Mal. Aber die sind auch echt lange her. Ich habe auch nicht viel gedatet. Lass mal brainstormen und nächstes Mal eine reine Folge über Dating-Stories, Dating-Experiences machen, weil das Ding ist, ich habe irgendwie, ich habe voll viel in meinem Kopf jetzt, auch wo ich wieder date, fallen mir voll viele Sachen von ehemaligen Dates ein. Ich könnte Büchergefühl über Dating schreiben. Okay. Guck mal, dann ist das jetzt ein guter Hook. Aktiviert die Glocke, folgt dem Podcast, damit ihr das nicht verpasst, wenn diese Folge irgendwann rauskommt, oder? Das darf man nicht verpassen. Ich habe so viele Fragen an dich, was Dating angeht. Ich dachte, ich werde jetzt los. Nee, das heben wir uns für nächstes Mal auf. Das ist jetzt der Cliffhanger. Ich schreibe mir das jetzt alles auf. Schreibe dir das alles auf. Maria, danke dir für deine Offenheit. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Wir bestellen jetzt Sushi. Geil. Und Konrad darf auch mit essen. Hast du gehört? Nee, aber ich hätte Konrad geholfen. Okay. Daumen hoch. Cool, Daumen hoch. Konrad schneidet nämlich gerade das Special, was von mir rauskommt. Die halbe Stunde. Das war jetzt auch nochmal. Richtige Workaholics hier. Richtig. Cool. Danke dir. Ciao. Leuten, denen dieses Video gefallen hat, könnte auch dieses Video gefallen. Und Leute, die nett sind, die folgen mir. Komm. Mach schon. Folgen. Auf. 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 Auf.